Schönen guten Abend aus dem KLA-TV-Studio Klagenfurt. Heute berichten wir über eine erfreuliche Entwicklung zum Thema Anti-Amerikanismus-Fehlanzeige. Am 16. April 2014 interviewte ein Reporter des NDR-Fernsehsenders die Journalistikexpertin Frau Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz zur Allgemeinen Russland-Berichterstattung. Deutsche Bürger bewerten diese in ihrer Zusendung an die Medien als zu einseitig. Der Reporter sieht den Grund für die Kluft zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung im Anti-Amerikanismus. Frau Prof. Dr. Krone-Schmalz äußert sich hierzu folgendermaßen. Ich bin skeptisch, Anti-Amerikanismus als Grund anzuführen für eine positivere Sichtweise Russlands. Das ist mir zu platt. Ich finde es völlig legitim, wenn Bürger in der deutschen Gesellschaft vom amerikanischen Verhalten enttäuscht sind. Also Irak-Krieg-Lüge weiß man mittlerweile, Killer-Drohnen und Folter-Gefängnisse in Guantanamo, NSA nicht zu vergessen. Dann ist man enttäuscht. Wenn ich das deutlich beim Namen nenne, versuche mich zu wehren und zu sagen, ja halt stopp. Das darf doch nicht sein. Dann hat das für meine Begriffe nicht die Bohne mit Anti-Amerikanismus zu tun, sondern einfach nur mit einer realen Wahrnehmung der Welt. Danke Frau Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz für diese klaren Worte. Hat sie unser heutiger Bericht angesprochen, dann geben Sie diese Informationen doch an Ihre Mitmenschen weiter. Seien Sie auch morgen wieder dabei. Auf Wiedersehen.